Willkommen zurück, liebe Leute, zu einer neuen Folge Super Mario Maker 2 One Level Per Day No Jump Challenge von Leo7 Good Luck! Eine Abschlussrate von 8,68%, 27 erfolgreiche von 311 Versuchen gab es, 79 Leute haben es gespielt, 10 Herzen hat es bekommen. Ich bin jetzt neugierig an eine No Jump Challenge, könnte interessant wirken und ich sehe da jetzt schon gleich erstmal so ein, ähm, ja, eine falsche Fährte. Ich würde sagen, viel Spaß bei diesem Video. Los Leute, springen, springen! Nope. Oh, damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Wird das funktionieren? Da war sowas von in die Hose gegangen, wenn ich da jetzt erst gestanden hätte. Möchtest du wirklich, dass ich da entgegenlaufe? Mann. Möchtest du wirklich, dass ich da jetzt noch nicht gerechnet hätte. Möchtest du wirklich, dass ich da jetzt noch nicht gerechnet hätte? Ich wäre gerne groß gewesen. Oh. Okay, hier passiert mir nix. Okay Du Ash Oh, wie gemein Das ist fies Der war gemein Klar, er war logisch Aber er war echt gemein Also, da würde ich sagen Das wäre sogar ein richtig guter Trollansatz Mich würde ja mal so ein Trolllevel, glaube ich, interessieren Wo man nicht den Boden verlassen darf Ja Was up Komm. Wir warten. Ja, vorsichtig rüber. Oh, ne, hier muss ich jetzt warten. Also, schönes Level, muss ich sagen, hat mir Spaß gemacht und der Troll, der hat definitiv von mir ein Herz verdient. Das war einfach ein genialer Troll. Die ganze Zeit, wie gesagt, das am Anfang ist natürlich sofort, ah, ich muss springen, ah, verdammt, ich darf ja nicht springen, na, schon gelost, ja. Vollkommen in Ordnung, ist so ein kleiner Joke-Troll, um es mal so zu sagen, so konzentrier dich auf die Sache, ja, und dann, ja. Wie gesagt, der ist wirklich perfekt. Der Troll war wirklich ideal eingesetzt, weil man einfach sich sagt, okay, ich lass los, dann kann ich nicht springen, kein gar nichts und dann, oh, das ist doof. Gut, ich bedanke mich ganz herzlich, sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Torhaut Rhein. Tschüss, tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020